Hallo, mein Name ist Ull Möck vom Trio Asis. Wir spielen am kommenden Sonntag um 18 Uhr das zweite Streamingkonzert live at Mochers und zwar eigene Arrangements von mir über klassische Stücke. Das Trio Asis ist Ull Möck am Piano, Hans Ficklscher am Schlagzeug. Mein Name ist Thomas Rotter und ihr habt uns gerade in den Rossini Studios bei unserer Generalprobe für Sonntag gesehen. Also nicht vergessen am kommenden Sonntag um 18 Uhr, das ist der 19. April. Wir freuen uns auf euch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017